mehr solarzellen eisenplatten sind okay was sagt das system 122 roboter die nichts zu tun haben was zur hölle okay die follower roboter halten nur eine gewisse zeit wo das hat mit der energie zu tun nicht gut was habt ihr gerade gemacht holz ja machbar ist okay ich gucke oben ob wieder was zerstört wird oder nur angegriffen wird mit den mauern habe ich nicht gemacht ich wollte noch eine fabrik für einstellen den robot habe ich auch nicht aufgesetzt ja das kommt davon wenn man sich durch so ein viertelfanz ablenken lässt wie komische fliegende roboter die sich selbst in die luft jagen robot hier ist vollkommen okay so strom brauchst du noch da reicht nicht mehr strom komplett fertig so jetzt müssten wir alle mauern abgelegt haben hier oben zumindest das ist baubitte ab und macht weg ist das hier alles nicht aus wie mehr roboter so macht bitte weg die hier auch die da auch weiter unten angriff haben wir ein ganz kleines bisschen vom angriff noch gesehen aber die gruppen scheinen noch übersichtlich zu sein also nicht zu viel auf einmal und ich hoffe mal gleich kommt ein repairtrupp hier an und macht das heil und wie lange sowas dauert du bist du der ist jetzt hierhin geflogen hat eine mauer reprägt das wieder weg geflogen wenn er jetzt zu hause ankommt wird er merken oh das ist ja noch mehr kaputt fliegt wieder hin repariert eine mauer und fliegt wieder zurück und dann ich kann noch werkzeug dabei ja ja okay okay du hast genug reparaturwerkzeug ja na gut also ihr macht hier oben wollen wir weg wir stellen die mauer auf мог da lang hoch 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 wo ist die grau da irgendwo okay also gar nicht mehr so weit nach oben lasertürmer hatte ich glaube ich keine mehr über die habe ich alle in eine logistikkiste geschmissen damit die roboter in buch fällt untersetzen können das heißt die werden wir auch bald neu bauen müssen und mehr Follower. Ja, noch mehr Follower. Das heißt, die kann ich im Notfall dann rausschmeißen, wenn es eng wird. Das klingt nicht schlecht. So, jetzt will ich erstmal da hinten gehen und von da aus das weiterziehen. Nicht, dass ich die Mauer gleich zu weit baue. So. Das ist noch weit. Das wird mein Mauer auf keinen Followerfall verreichen. Nö, acht Stück habe ich noch. Weg, weg. Ah, und noch weg. Okay, dann vielleicht doch. Weg. Du, du, du. Ich könnte alternativ auch mal mit den Blaupausen arbeiten. Also nicht mit den Zerstör-Blaupausen, die ich jetzt benutze, um die Wälder abzuhacken, sondern mit den blauen Blaupausen. Womit man wirklich sagen können, baue jetzt bitte da das und das. Joa, spricht nichts gegen, oder? Ich baue mal ein Blueprint und gucke mal, wie das funktioniert. Nicht so. Äh. Äh. Blueprint-Icon-Setup, Total-One-War. Oh. Also ich kann sagen, baue da eine Mauer. Dann baue da eine Mauer. Ähm. Moment mal, wo ist der Robo-Bot hin? Oh, ne, ne? Ich, ich, ich glaube, ich habe den Roboter dann gesagt, dass die ihren eigenen Robo-Bot abbauen sollen. Das ist jetzt nicht so schön. Und ich verbauche definitiv durch das Laufding sehr viel Energie. Das muss da erstmal raus. Das nehme ich dann nur rein, wenn ich wirklich beim Feind bin. Sonst füllt sich die Batterie niemals auf. Äh. Und jetzt muss ich meinen Robo-Port suchen. Der ist irgendwo in der Logistik-Kiste gelandet. Stahl. Hm. Sehe ihn nicht. Heavy Armor. Oh God. Ich will ein ME-Terminal. Ich will ein scrollbares ME-Terminal. Da ist er. Ja, okay. Nochmal das Ganze. Wir gehen hoch. Wir bauen denselben Robo-Port wieder auf. Dann kann auch der Walther weggeholzt werden. Achso, eine Solarzelle haben wir gebaut. Ja, komm. Rein damit. Och. Tickzeug. Er schreckt mich doch nicht mal so. Du. Da hin. Und guck mal. Jetzt ist der Akku schon fast voll. Aber das Laufding ist wirklich garstig. So hier sollte der hin. So. Das heißt, die Mauern können jetzt gebaut werden. Und da schwärmen sie schon aus. Und das ganze Holz kommt weg. Sehr schön. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Oh, wie kriege ich das jetzt hin? Äh. Die Steinmauerherstellmaschine. Wenn sie denn noch existiert. Hatte die eine passive Kiste? Und wenn ja, war sie am System angeschlossen. Das muss ich jetzt unbedingt checken. Aber wir brauchen immer wieder Mauern im System. Das war irgendwo hier. Da ist Kupfer. Die Dinger sind alle leer. Ist auch leer. Da hin. Da hin. Fließbänder. Da. Und hoch. Darum. Da lang. Äh. Passenderweise sind hier gleich Fließbänder. Was für ein Zufall. Da lang. So. Das hätten wir auch gefixt. Aber ich suche eigentlich meine Stein-Dingsmaschine. War hier. Ah, da. Stein-Dingsmaschine. Und du bist auch hier im System angeschlossen. Däh. Irgendwann wird was angegriffen. Aber du brauchst eine Kiste. Du brauchst ein Ärmchen. Eigentlich ein schnelles Ärmchen. So. Und du hättest gerne immer Stein. Hundert Stück. Du bist ein Passiv-Provider-Chest. Jo. Sehr gut. Obwohl hier auch kein Stein mehr drin ist. Aber das könnte eine Weile halten. Und der kommt hier am Ende Mauer raus. Und das Mauer-Ding kommt ins System. Dann machen wir sogar eine aktive Kiste draus. Weil es soll oben eingelagert werden. Zentral im Hauptlager. Und hör auf so rum zu Plärmsystemen. Ist doch alles gut. So nur ein paar Aliens. Was? One-Object-Explained-Damaged-Tropo-Port. Das ist jetzt nicht so schön. Das Ding ist teuer. Nein. Energie, Energie, Energie. Oh, Kohle hat fast keinen Brennwert. Äh, Holz meine ich. Kommst du überhaupt nicht her? Nee, kommst du nicht. Du brauchst noch ein... Du musst ein schnelles Ärmchen hin. So. Schnell, 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 schnell. Okay. Robo-Port. Lebst du noch? Wird immer noch angeknabbert. Ah, Mist, Mist, Mist. Reparieren die jetzt gegen an? Das wäre cool. Wo ist das Schnelllaufding? So, gib ihm. Ah. Ich komme gerade rechtzeitig an, um so zu gucken, wie es kaputt geht. Dankeschön. Sehr vielen Dank. Und ja, die sind hier durchgekommen. Mumist. Elender Mumist. Wo ist das jetzt? Da unten. Ja, gut. Da sind mehr als genug Türme, dass sie nicht durchkommen. Ich hätte nicht sagen sollen, dass es sich beruhigt hat mit den scheiß Viechern. Komm, jetzt sind wir häufiger. So, also schön. Das Netz hier oben rumziehen. Mauern aufbauen. Türme aufstellen. Habe ich genug für Türme? Ja, 15 Stück. Bitte bauen. Sofort. Du stehst falsch. Ich hätte gerne da ein Turm. Da ein Turm. Da ein Turm. Warten. Warum werdet ihr nicht gebaut? Wir müssten eigentlich genug Mauern im System haben. Haben wir extra die Fabrik unten jetzt dafür eingestellt. Und das ist... Oh, der Robo-Port ist kaputt. Ja. Ein Robo-Port bauen, bitte. Auch wenn das schmerzhaft teuer ist. Da. 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 Und da. Und da. Weil du in der Ecke bist. Da. Da. So. Könnte schon mal als kleinen Schutz hinhauen. Oh, warte. So. So. So ist richtig. Okay. Robo-Port. Setze Robo-Port. Da drauf. So, wird gleich mehr Strom versorgt. Alles gut. Jetzt müssen die Roboter gleich angeflogen kommen. Und hier die... Mauern setzen. Ähm. Du weg, bitte. Du weg, bitte. Mauern. Mauern, Mauern. Mauern, 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 Mauern. Kommt noch keiner. Hm. Gelber Bereich war Baubereich. Orangener Bereich war Logistikbereich. Oh, vielleicht brauchst du noch ein Wald. Das behalten wir im Auge. Ähm. Ich gucke mal wieder Stahl ab. Ah, hier kommen welche mit Mauern. Sehr gut. Die brauchen einfach nur Strom. Apropos Strom. Hält sich gut. Äh, nächstes Problem. Was auch mit Strom zu tun hat. Nämlich die Steam Engines. Die bekommen nicht genug Brennmaterial. Oder bekamen eben nicht genug Brennmaterial. Ist das immer noch der Fall? Ne. Holz wird verbrannt, wie nichts Gutes. Okay. Gehen wir mal auf Nummer sicher. Ja. Kommt hinten wieder an. Wird hier wieder ein System getan. Und wird dann von hier aus wieder dahin gebracht, wo es hingehört. Okay. 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 Ich hätte gern. Äh. Das hätte ich jetzt gerne. Kisten? Das hier sind passive Kisten. Ja. Hier sind noch aktive Kisten. Gib mir passive Kisten. Wo sind da sind die? Du und du. Was sagen die Roboter? Die Roboter sagen, 20 Stück haben nichts zu tun. Schon mal anfangen. Hier ist alles mit passiven. Hier läuft alles auf Förderband. Und die sind alle bald leer. Gut. Wir haben ja 10.000 Erz oder so im System. Das passt soweit alles. Das hat sich also auch geregelt. Ähm. Ich hätte gerne mehr Lasertürme. Was fehlt da? Grünen Chips. Grünen Chips kann ich mir auch ganz leicht klauen. Glaube ich. Und zwar. Hier konnten wir vier Stück klauen. Wow. Hier könnten wir das noch ein bisschen höher stellen. Aber das meinte ich gar nicht. Sondern ich meinte... Skynet? Jo. 100 grüne Chips von Skynet klaut. Äh. 21 Türme. Sehr schön. Ähm. Hm. Ich hätte gern... 5 Batterien. Ne. 6 Batterien. Damit wir eine MK2 Batterie bauen können. Die ist auch 5 mal größer. Ja. Das müsste dann ungefähr genauso viel sein wie vorher. Und wir haben ja mehr Platz. Gut. Du hast keine grünen Chips. Es tut mir leid. Aber wir brauchen eigentlich blaue. Und zwar viele. Aber das muss warten. Du hast eine aktive Kiste. Die brauchst du gar nicht. Kann eine passive sein. Sonst ist hier oben alles beim rechten, ne? Jo. Okay. Ich würde echt gern die ganzen Kisten hier haben. hier zerlegen. Die lila Kisten, die ich jetzt nicht mehr brauche. Aber ich glaube, das geht nicht. So. Und ihr bekommt alle noch Licht.